Was ist das nicht jeden Tag Heiligabend? Wenn jeden Tag Heiligabend wäre, mit ganz Jahreskunstfaser, Fichte, im Winter im Schnee und im Sommer am Meer und jeden Tag Weihnachtsgebäck als Dessert und jeden Tag Hürten, Gedichte. Ach Gott, darum ist es besser, nur dass ihr es wisst, dass nicht jeden Tag Heiligabend ist. Wenn jeden Tag Heiligabend wäre, bekäme man mit Garantie dieselben Geschenke wie am Tag zuvor. Dann wäre doch wohl denkbar, nur dass ihr es wisst, dass jeden Tag Heiligabend ist. Was, wenn es wahr wäre? Wenn er wirklich in Bethlehem geboren wäre, in einem Stall. Was, wenn es wahr wäre? Wenn alles wahr wäre, was geschrieben steht, Lukas, Matthäus und die beiden anderen. Die ganze Bäckerei ja nicht mehr so viel Sinn machen würde. Noch drei Tage bis Weihnachten, Rüdiger ruft an, ob ich zufällig frische Socken hätte und Lust mit ihm ins Bett zu gehen. Also ich mit ihm ins Bett. Weihnachten, Bär ruft an, ist das was, pulver es ausgegangen. Weißt du, sagt sie, Rüdiger und ich, wir haben es uns entschlossen, es noch einmal miteinander zu versuchen. Vielen Dank.